Was geht, was geht, Freunde? Ja, es ist mal wieder soweit, Fortnite ist am Ende. Und damit meine ich auch die Fortnite-Season, denn die neue Fortnite-Season beginnt am Mittwoch. Und wie es aussieht, bekommen wir sogar eine neue Map oder neue Orte. Deswegen dachte ich mir, mache ich die Fortnite-End-Challenge. Ich muss Abschied nehmen von allen NPCs und den Bossen und nur mit deren Loot den epischen Sieg holen und ich muss mein komplettes Gold ausgeben. Ich glaube, ich habe 5000 Gold, Alter. Lass ein Like und ein Abo da, damit würdest du mich krass unterstützen und trag meinen Creator-Code Brexit-YT ein. Mach mal bitte, ich habe mein ganzes Geld für Döner ausgegeben. Hashtag Döner. Ja, ja, ja. Ja, ja, diese Spawn-Insel werden wir so das letzte Mal sehen vor dem neuen Update. Und diese Karte dort oben, guckt euch das an. Das wird vielleicht sogar auch das letzte Mal sehen, dass wir die so sehen werden. Ich fand das so cool. Egal, wir müssen jetzt unser Gold ausgeben, die Bosse rekrutieren oder die NPCs und mit deren Waffen den epischen Sieg holen. Let's go. Wie viele Leute landen hier? Mein Mann, bis morgen fahren wir beide nach Berlin. Hey, lass mich mal auf deinen Treppen. Ich wollte sowieso nicht auf deinen Treppen. Wer hat gesagt, dass ich auf deinen Treppen will, hä? Ich wollte eh nicht. Wo ist der Boss? Wir brauchen seine Waffe erstmal. Okay, Boss, komm schon. Gib mir eine coole Waffe. Was hat der hier eigentlich? Hallo? Hallo, ich bin Rambo. Oh nein, ich will die gar nicht. Verwandle mich in einen Mülleimer? Ist das dein Ernst? Willst du damit sagen, ich bin ein Mülleimer? Ja. Warum bin ich ein Mülleimer? Oh Gott, keiner wird mich finden. Ja, okay. Okay, keiner wird mich finden. Junge, wie hast du mich gefunden? Was soll das? Hä? Oh, der lässt mich nicht in Ruhe, ne? Lass mich doch mal in Ruhe. Oh, ich muss weg. Tschüss, wir sehen uns, du Trottel. Bro, nicht du jetzt auch noch. Ey, ich mach gleich Popcorn aus dir, Alter. Schöner als alles, was diese Fäden drin hat. Ey, ich hab voll Bock. Ey, wartet mal. Mögt ihr salzige Popcorn oder süße Popcorn? Schreibt mir das mal unten in die Kommentare. Also, ich mag salzige. Du verwandelst mich jetzt in was Besseres. In einen Karton? Hä? Warum denn ein Karton? Ich war gerade ein Mülleimer und jetzt bin ich ein Karton. Warte mal, das ist eine Kiste. Oh mein Gott, oh mein Gott. Oh mein Gott, was ist das? Oh, oh. Wie? Wie hast du... Oh, wo kommst du denn jetzt her? Wo, wo kommt der denn jetzt her? Woher? Ich komm aus der Ecke. Ich komm aus dem Weg. Okay, was machen die denn da? Hä? Hallo. Hä? Okay, warte. Vielleicht kann ich mich anfreunden. Hä? Das ist eure Mission? Geht's euch gut? Ali A, bist du's? Guck mal, der geht in Slow Motion. Hä? Ey, hör doch mal auf zu schießen. Ich werde gleich ristensauer hier. Okay, ich bin sauer geworden. Aua, aua. Braxis ist ristensauer. Wo ist der Bot? Gib mir deine Pistel. So. Wo? Willst du mich etwa spitzhacken? Ich glaub deine Birne brennt, Alter. Wo ist dein Kollege, hä? Wo bist du? Zeig doch deine Nase, wenn du dich traust. Scharf, nee, scharf. Bisschen scharf. Aha, ja. Granatapfel hier. Aha. Tüte auf. Tüte zu. Bin so doof, ey. Sehr starke Ähnlichkeit mit ihm, ne? Wenn meine Berechnungen richtig liegen. Wo kommt ihr denn jetzt auf einmal her? Hier muss doch noch irgendwo ein Bot sein. Oder ein Boss. Ein NPC. Irgendwas. Die waren doch gerade nicht da. Oh nein. Die haben den Bot sauer gemacht. Ey. Die haben den Bot sogar rekrutiert. Ja, wohin? Ballast du deinen Arm und Arm? Hä? Schmeckt dir das? Hat geschmeckt? Tüte auf. Tüte zu. Tüte auf. Ja, okay. Stopp, stopp, stopp. Komm her. Ich glaub mein Schwein pfeift. Ja? Wo ist der andere? Denkt ihr, ich hab Angst vor euch? Denkt ihr, die Banane, die gelbe Banane hat Angst vor euch? Hä? Sag mal, wer bist du? Okay, ich hab Angst. Okay, ich hab Angst. Gar ein Problem. Ist okay. Ist wirklich okay, mal ab und zu Angst zu haben. Was willst du gerade von mir? Was hab ich dir getan? Geh mal weg. Bootsbach. Ombi! Okay, neuer Plan, der jetzt auch aufgeht. Wir holen uns jetzt erstmal hier den Boss-Bot-NPC. Welche Waffe hat der? Oh, die muss ich wegwerfen. Geh mal her. Oh, dankeschön. So, dich rekrutieren wir. Komm mal mit. Hier unten im Keller. Da ist doch einer. Im Tresor. Hallo. Wo ist der hin? Hä? Hallo? Oh, Schwester Ever. Okay, ich muss mich beeilen. Gleich kommt sein Kollege. Schnell, 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 schnell. Meine Freundin geht mir frem. Nein! Nein, nein. Ey, du darfst du mir nicht schütten. Du darfst du mir nicht schütten. Tippen, liken, gas geben. Denkst du, du kannst dich verstecken? Ha, Vitali. Achso, das heißt VIP. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Junge, du hast verloren. Willst du auf Flasche sitzen oder was? Oh mein Gott. Ich sitze auf Flasche. Nein. Willst du? Ich liebe diese Leute, Alter. Ich liebe die. Oh. Okay. Chill, chill. Er muss nicht auf Flasche sitzen. Das war Spaß, Digga. Oh, komm her. Das war... Oh. Nimm das, Junge. Okay, okay, okay. Tschüss, 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 tschüss. Ich gehe weg. Wir sehen uns, Bruder. Ja, okay. Wollt ihr alle auf mich? Chill mal kurz. Wollt ihr alle auf Flasche sitzen oder was? Ich habe doch gar nichts gemacht. Oh, warte mal. Hier ist ein Automat. Ich muss doch mein Gold ausgeben. Hier, gib... Warte. Gib mir mal die blaue hier. Oh, ey. Bruder. Ja, ich habe... Ey. Ja, okay, Mann. Ich habe verstanden. Ihr seid die Besten, ey. Da vorne ist einer. Attacke. So, weg mit dir. Hä? Ist da noch einer? Da hat doch gerade einer geschossen. Warte mal. Erstmal esse ich hier den Fisch. Oh, ho, 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 hier ist der Weihnachtsmann. Hier ist der Like-Button. Wieso hast du mich noch nicht gedrückt, die Hähnchen? Mitte Februar. Wir haben März, Digga, Bruder. Wir haben März. Wie komme ich denn auf Mitte Februar? Das, das... Habe ich gerade... Habe ich gerade wirklich Mitte Februar gesagt? Habe ich gerade noch geschlafen, Alter? Ey, ist das der John Wick von... Das ist der John Wick von der Insel gerade gewesen. Hä? Was willst du denn da hinten jetzt, ey? Lass mich kurz mein Mini trinken. Danach zeige ich dir, wer der Babu ist. Chabus wissen, wer der Braxi ist. Muss man Praktikum machen, damit man reinkommt oder wie? Wo bist du? Oh. Okay. Okay. Das war's mit dir. Attacke. So, die nächste Attacke. Und nimm das. Nein, 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 nein. Chabus wissen, wer der Braxis ist. Ich muss einfach mal meine Schnauze halten, Alter. Das macht gar keinen Spaß mehr hier. Okay. Jetzt... Die wollen sehen, was die Banane kann. Banana Gang. Ich zeige denen jetzt. Guck. Ich bringe dir erstmal deine Waffe. Du gehörst jetzt mir. Du kommst jetzt mit mir mit. So, wir gehen einmal ganz kurz in den Tresor, weil der Tresor auch nicht mehr da sein wird. Das wird ja das Ende sein von den Tresoren. Okay. Was haben wir hier Schönes? Ach so. Ey. Es wird Tilted Towers wieder zurückkommen, ne? Richtig krasses Tilted Towers sogar. Okay. Wer hat hier gerade geschossen? Du? Denkst auch, Hafti Abi hilft dir, ne? Wo willst du jetzt hin? Willst du schwimmen gehen? Hast du überhaupt Seenpferdchen? So. Okay, pass auf. NPC. Soll ich ihn töten? Ja? Okay, sorry. Ich habe keine Freunde. Deswegen rede ich mit NPCs. Aber wenn du mal ein Freund bist, dann lass mal ein Like da auf korrekt. Auf Bruderbasis. Auf Schwesterbasis. Küss den Like-Button. Was geht denn da oben ab? Hier ist einfach Party ohne mich. Oh, hello, yeah. Wieso ist hier eine Party ohne mich? Oh, okay, okay. Spaß. Spaß. Das war doch nur Spaß, man. So. Ey. Sag mal, find. So. Und was geht denn jetzt hier drüben ab? Ich check gar nichts mehr. Hä? Hier wird nur geschossen. Aber hier ist ein Bot. Und hier ist noch einer. Was willst du? Hände runter. Achso, das heißt Hände hoch, ne? Oder? Okay, ich habe gegoogelt. Das heißt Hände hoch. Hier spricht die Polizei. Oh, hey. Hä? Nein, ich habe nicht gegoogelt. Ich wusste das schon. Ich wusste vorher. Ich wollte nur lustig sein. Wirklich. Ich wusste... Hallo. Hör auf jetzt. Okay. Der NPC hat mir eine Scar verkauft und einen Raketenwerfer. Und das hier ist der Deadpool. Das war der Deadpool. Ich... Hä? Oh. Oh. Digga. Was ist denn hier los? So. Ich habe alle geholt. Hä? Hallöchen. Ey, das gibt es nicht. Wie viel HP? Habe ich gerade gekreischt? Habe ich gerade gekreischt? Habe ich gerade wirklich... Ich habe... Ich habe nicht gekreischt. Hä? Was redest du? Hände hoch. Polizei ist da. Verlaufen. Bringt nichts. Ver... Rennen. Polizei ist hier, Mann. Bleib stehen. Ja? Warte, warte. Was will der denn jetzt hier? Hört er gerade? Haft ihr Abi? Wow. Ey, der wollte mich gerade einfach spitzhacken. Alter. So. Ich habe schon 12 Kills. Wow. Der surft hier einfach mitten im Schnee. Ohne Surfboard. Freunde, tippen, liken, Gas geben. Hier wird geschossen. Das schauen wir uns näher an. Okay, der erste ist weg. Komm schon. 14 Kills, bitte. Oh. Ja. Oh mein Gott. Nein, weg, 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 weg. So. Wer schießt noch? Was willst du denn hier drüben? Nimm das. Komm. Ja. 16 Kills. Wie cool ist das denn? Okay. Die letzten zwei. Ich muss mich jetzt konzentrieren. Ich brauche spannende Musik. Und zwei schwarze Balken. Ja. Oh. Komm schon, Brexy. Das ist das Ende von Fortnite. Und. Let's go. Wo ist dein Freund? Dein Freund hat dich hier einfach allein gelassen. Wo ist der? Das waren doch, das sind doch Teams. Hä? Hallo, ist hier jemand? Hallo, ist hier jemand? Warum versteckst du dich? Alles macht keinen Sinn. Er hat die Karte geholt. Und Attacke. Und Attacke. Das war der epische Sieg, Freunde. Und das ist auch das Ende von Fortnite. Kurzer Deep Talk. Ich würde mich freuen, wenn Fortnite in der nächsten Season wirklich rausballern würde. Weil diese Season war ein bisschen anstrengend. Auch so langgezogen. Ich weiß nicht. Schreibt mir mal gerne in die Kommentare, wie ihr diese Season fandet. Aber seid bitte ganz ehrlich. Und wenn du bis hierhin geschaut hast, also wirklich bis zum Schluss, dann check meine anderen Videos ab. Hier oben rechts kannst du einfach draufklicken. Ich würde mich wirklich freuen. Kuss. Hey, Grinch-Paxes! Du bist mein Lieblings-Hutuber, bitte! Hey, ich kann es gerade nicht glauben, warte.